Ansagerinnen, immer müssen Sie so tun, als käme die größte Sendung. Bei uns brauchen Sie nicht zu heucheln. Was ist denn das? Aufgrund eines Bild- und Tonausfalls im Bereich des Senders Ochsenkopf müssen wir die Ansage leider wiederholen. Und nun zur neuen Folge der Plattenküche. Wieder einmal bemühen sich Professor Moser und sein Team darum, eine perfekte Musikshow auf die Beine zu stellen. Ob es Ihnen gelingen wird? Wenn Sie mich fragen, ich finde diese Sendung zum... Willkommen in der Plattenküche. Hallo, wir daheim! Hallo, wie bist du's? Das ist Cologne Airport Control. Airport, ich brauche keinen Flughafen, ich brauche dringend den Moser. Trip passier über einen Position vor. Position vor? Efi, mach doch keinen Scheiß! Roger, ready for take-off. Mit Helga Pedersen als Helga. Klattenküche. Klattenküche. Frank Sander als Frank. Alles bleibt dann. Venus Vienti als Unterhaltungschef, Dr. Moser. Il-Truth Fischer als Sekretärin. Efi Finger. Und Tommy Deininger als Assistent, Norbert Nagel. Und wir sind Gott sei Dank, Helga und Frank. Liebe Zuschauer, ich möchte Sie bitten, nicht mehr anzurufen. unserer Ansagerin Claudia Doren geht es inzwischen wieder bestens. Ach übrigens, bei dem Zwischenfall vorhin ist mir eingefallen, was ein Kritiker über die letzte Sendung gesagt hat. Die Plattenküche ist gar nicht so übel. Wie einem davon werden kann. Äh, Lilac Angels aus Düsseldorf. Die Plattenküche Die Plattenküche Die Plattenküche Aber Herr Professor, Sie haben doch Ihrem Arzt versprochen, nicht mehr zu rauchen. Rauchen ist für mich wie die Plattenküche. Ich komme einfach nicht davon los. Und mit beidem belästigen Sie Ihre Mitmenschen. Aber voll ein Finger. Können Sie bitte dem Hausmeister sagen, dass der Fahrstuhl stecken geblieben ist? Die Plattenküche Herr Professor, haben Sie wieder geraucht? Die Plattenküche Die Plattenküche Die Plattenküche Die Plattenküche Über die Wolken weit kann die Freiheit so grenzenlos sein. Eigentlich wollte ich ja einen fliegen lassen, aber ich tue es lieber selbst. Den Steuerknüppel fest in der Hand, ein Ziel vor den Augen und das Herz in der Hose. Oliver Ongel, ich komme. Seid ihr bereit? Ab geht die Post. Nach unten. Ja! 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 Herr Piener, das geht so weit! Oh, Herr Müller-Seibel von der Abteilung Honorar und Lizenzen. Haben Sie mal Senf für mich? Natürlich, hier, das ist ein Geschenk. Na, von wem? Vom Intendanten, der gibt jedes Mal ungefragt seinen Senf dazu. Wer hat denn meine Wurst geklaut? Die da! Die da? Das ist eine fleischfressende Pflanze. Wer soll dich anrufen? Die Oma vom Sheriff? Natürlich den Schauspieler Oma Charin. Ach was! Tja, Freunde, ich hab hier ein Telegramm von Herbert von Karajan. Lieber Frank, man sollte über die Plattenküche nicht zu schnell den Stab brechen. Danke, Herbert. Danke, Herbert. Aber jetzt zu einem anderen berühmten Dirigenten, so. Gott hilf. Fischer? Hallo. Guten Tag. Die Fischer. Guten Tag, Herr Fischer. Als die hervorragende Melodie eurer Sendung. Hallo, ihr daheim. Probieren wir. Kleine Neubearbeitung, aber kann ganz schön werden. Achtung, es geht so. Frank, Frank, komm her, sing. Mit singen, mit singen. Zu Hause aber auch, bitte schön brav sein. Achtung, hallo, seid überhaupt alle da? Ihr daheim? Okay. Hallo, ihr daheim. Kleine Probe, es geht. Hallo. Habt ihr alle den Ton dabei? Zwei. Und. Hallo. Hallo. Und jetzt den Kopf leicht neigen nach links. Ihr daheim, bitte. Ihr daheim. Und jetzt 32 stimmig. Plattenküche. Und dann sie fragen. Und Plattenküche. Und Plattenküche. Und Plattenküche. Und Plattenküche. Musik Musik 20.135, 20.136, 20.137, 20.138, 28. Scheiße! Musik Eins, zwei, drei. Musik Ist eine Nachricht von Pierre Brice dabei? Nein. Verstehe ich nicht. Jetzt macht sie schon seit Wochen auf ein Zeichen von diesem Möchtegern Winnetoum. Da ist es! Musik 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 Tja, auf manche Interpreten stehe ich. Aber bei Jilly Mason lege ich mich flach. Ja! Musik 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 Du sag mal, hat der Moser wirklich aufhört zu hauen? Ah, ich bin sicher, dass er doch wieder heimlich rafft. Besonders jetzt, wo ich nicht im Büro bin. Das werden wir gleich sehen. Ich habe ihn nämlich ein bisschen Schwarzpulver in den Zierern gestopft. Es wird ihm hoffentlich eine leere Seife. Oh, ich glaube, es hat schon gewirkt. Ich glaube, es hat schon gewirkt. Ich glaube, es hat schon gewirkt. Liebe Plattenküchenfreunde, es gibt immer noch Leute in unserem Land, die behaupten, Frauen gehören an den Kochtopf. Meinetwegen, aber nur, wenn sie gut kochen können. Ich aber behaupte mit dem Brustton der Überzeugung, Frauen gehören überall hin, vor allem ans Mikrofon, wie unsere liebreizenden Cherrycats. Ihnen verleihen wir heute den silbernen Pokal der Plattenküche für besondere Verdienste um das deutsche Liedgut. Sie nehmen sich in ihrem neuesten Hit eines heißen Themas an. Sie reden von Hasch, diesem verderbenbringenden Kraut, und schlagen stattdessen vor, Hasch mich, vernasch mich, bitte! Hasch mich, vernasch mich, das ist nicht mein Stil. So, nicht mein Freund, so erreichst du nicht dein Ziel. Ja, küss mich, vergiss nicht, du, das ist kein Spiel. Liebe ist für mich gefühlt. Ah, morgens um sieben da, wirst du mich lieben. Doch abends um neun sitz ich ganz allein. Oh, komm, küss mich, vergiss nicht, das Blöd ist wie Glas. Und das kann schnell zerbrochen sein, das ist kein Spaß. Und, Schnitt, England ist bekannt durch seine Parks und aus England kommt Gidea Park. Ihr kennt ihn noch nicht, aber ihr kennt die Beach Boys. Und zwar einen Titel, Moment. Ja, genau den, ach Mann. Und dazu, unsere Mädels im Glas, das gibt einen Spaß. Und die Post geht ab. Oh, ist ein Glitschi. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Rauchen verboten. Das sagt mein Arzt auch immer. Lassen Sie die Witze. Wollen Sie, dass die Sprinkelanlage losgeht und wir alle im Wasser stehen? Aber nein. Dann gehen Sie her. Ah, das tut gut. Was machen Sie denn da? Ja, das mach ich immer so. Ha, 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 ha. Wollen Sie das? Wollen Sie aber auf dem jetzigen Versuchung. Wollen Sie die Sprinkelanlage losgeht? Ja, das war eine Sprinkelanlage losgeht. Darauf, dass in dieser Sendung einmal alles klappt, jetzt habe ich doch das Eis vergessen. Untertitelung im Auftrag des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung im Auftrag 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 des ZDF, 2020 Hallo Helga! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Das schlaucht ja wieder, wo sind denn die Verbindungsstücke geblieben? Die Gruppe heißt Tichin, kommt aus Holland, ihr kennt sie alle. Aber jetzt mein ernstes Wort an unsere weiblichen Fernsehzuschauer. Ich kenne einige Stars, die ich sehr bewundere, wie zum Beispiel Elvis Presley, Frank Sinatra und mich. Naja, aber warum in aller Welt ist dieser Travolta so in? Was hat der, was wir nicht haben? Ich meine, sind wir denn gar nichts? Und jetzt bringt er auch noch ein Lied über ihn. Ich meine, ich verstehe die Welt, ich begreife das nicht, dass es... Ja, ich verstehe die Welt! Untertitelung. BR 2018 Ich bin verletzt, schwer verletzt und ich habe auch noch einen anderen Leichtverletzten. Ich kann den Krankenwagen nicht reinfahren. Hätten Sie vielleicht jemanden? Ich habe genau den richtigen Mann für Sie. Ehrlich? Ja. Oh. 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 Dass ich den großen Durchbruch noch miterleben durfte. Wieder nicht unter der Haube. So, hier ist der Wagen. Du, ein Kranker fährt noch lange keinen kranken Wagen. Du, du hast mich ruiniert. Ist das ein schlimmer Finger. Oh nein. Die Show geht nun zu Ende. Die Lichter gehen aus. Ich gehe nicht für immer. Nein, nein. Ich gehe nur nach Haus. Oh, ihr wart ein duftes Publikum, zu dem ich gerne wiederkomm. Der Abger macht die Show erst schön. Drum allesamt auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. shortsелиh es Ginge